Ich begrüße euch recht herzlich zurück bei TubeRadar. Heute mal wieder mit OBS. Ich habe OBS jetzt auf dem zweiten Bildschirm und schaue mal. Ich hoffe, es geht gut. Wir schauen mal. Drückt mich die Däumchen. So, in der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben. Das ist unser Basislager. Das überflutete Gewölbe. Das müsste, wenn ich mich recht entsinne, ein optionales Grab sein. Wollen wir hier jetzt noch irgendwas, was wir erkunden können? Ab und zu gucke ich jetzt mal rüber. Gut, optionales Grab. Da hätten wir es. Das war ein Teil der Forschungsanlage. Wurden Sie wirklich hergeschickt, um die Stürme zu untersuchen? Ich glaube man ja nicht. Wahrscheinlich eher Kanonenfutter. Ist das nicht höre? Nö. Okay. Sieht ganz flüssig aus bei OBS. Aber man weiß ja nie nicht. So. Wo spielt es da und? Moment. So. Wenn ich mich nicht selber reden höre, dann... Ja, aber es ist jetzt, ähm, sehr elektrisch da unten. Hast du toll gemacht, Lara. Sehr toll. Wir drücken hier nochmal. Wir drücken überall drauf. Grünes. Es muss einen Weg über dieses Wasser gehen. Ach, wie schön. Ach, wie schön. Was haben wir denn da? Können wir das in Brand setzen? Und nun? Ah, 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 ah. Joa. Da hinten kann ich nichts aufschießen. Ich will da hinten hin. Hä? Hä? Wir probieren erstmal ein bisschen. Was war... Was kann ich jetzt hier mitmachen? Ich verstehe es nicht. Hier noch irgendwas... Ach, guck mal. Kann man nicht gebrauchen, doof. Wir gehen jetzt mal hier gucken. Ah, ich glaube... Ich glaube, ich glaube, ich glaube... Okay, sieht noch ganz gut aus. Ich hatte Panik. Ich hätte nicht vergessen, wo die Aufnahme so scheiße war. Und ich eine dämliche... Also eine echt beschissene Folge haben musste. So, pass mal auf. Können wir das hier drüber ziehen? Boah. Langsam. Aber sicher. Alter, wie das Wasser flackert hier, ne? Macht mich kirre. Ich muss hier raus. So, und nun? Das hat mir jetzt echt viel gebracht, ne? Okay, wartet mal. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Halt, stopp. Ach, ne, hier... Dann komme ich ja gar nicht weiter. Und wenn ich das Teil hochziehe, schaffe ich das bis... Schaffe ich das dahin? Hoppala. Wir haben Stromschlag gekriegt. Naja. Passiert. So, wir ziehen das mal runter. Dann geht nämlich die... Die Dings hoch. Boah, was ist das denn für eine Textur? Sieht das auch in der Aufnahme so scheiße aus? Naja. Einfach nicht hingucken. So. Was ist denn hier? Können wir hier irgendwas anschalten? Nö. Warum kann ich hier rüber? Da muss ich bestimmt hin, oder? Nicht wahr? Ah, ich bin gut. So weit sind wir schon mal. Ich weiß jetzt nicht, warum ich das hier rüberziehe. Einfach so, weil ich es kann, denke ich mal. Komm mal hierher. Was will ich genau hier haben? Ne, geht nicht. Warum nicht? Komm mal noch mal her. Komm mal noch mal runter. Ja, Überliebensinstinkte. Ich weiß. Ich weiß, ich... Ja, ach. Nur, the big question ist, wie kommen wir da hoch, um das Licht rauszumachen? Da oben, das haben wir ja kaputt gekriegt, erfolgreich. Okay, mit Wargewalt kommen wir nicht weit. Also, ich muss... Hat sich das gerade gereimt? Ich bin so gut. Das Ding da. Ich muss... Und da komme ich wieder runter. Aber wie? Das wird lustig. Mach doch... Ja, mach doch mal bitte. Kann ich das irgendwo festmachen? Also, mein gesunder Menschenverstand hätte das jetzt da hinten irgendwo festgezurrt. Das muss ja auch einen Grund haben, warum ich hierher komme. Kann ich hier irgendwie hoch? Nein, natürlich nicht. Hier hinten. Macht schon wieder keinen Spaß mehr. So, also. Moment. Hier kann ich nicht rüber, wa? Doch. Oh. So. Problem ist... Kann ich mich nicht mit diesem Ding irgendwie, während ich auf dem Teil stehe, so rüberhangeln? Was ist das denn für ein Scheiß? Ich wiederhole mich nochmal. Ich habe auf leicht gestellt. Nein. Okay. Doof. Gut, jetzt stehe ich hier hinten. Ich muss ja da rüberkommen irgendwie. Ich verstehe nicht. Wie soll ich denn hier rumkommen? Wie soll ich denn hier rumkommen? Ja, die Lampe ist das Problem. So, Moment. Ich gehe mal auf die andere Seite. Schnell. Schnell. Schnell mal her. Boah, ist das laut. So. Ich muss doch aber jetzt in irgendeiner Weise... Aber warte mal. Ah, 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 ah. Ich glaube, ich habe es. Wir müssen das Ding da drunter stellen. Jetzt. Jetzt, 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 ja. Nee, ich brauche keine Überlebensinstinke. Weil ich weiß jetzt, wie ich das machen muss. Auch diese Erkältung, ne? Schrecklich. So. Okay. Dann muss ich das jetzt hier... Da habe ich, glaube ich, ein bisschen zu kompliziert gedacht, ne? So. So nah wie möglich ran. Wieder eine Timingfrage. Oh, ich finde das so klasse, dass bei Tomb Raider alles nach dem Timing geht. Das ist doch echt so ein Chaotzen. Los, komm, schneller, 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 schneller. Schreiben, besser im Moment. So habe ich es? Jawohl. Bleib da stehen. Ich traue dem Fluss noch nicht so ganz. Warte. Warte. Okay. Scheiß Trittslampe. Ist billig Version gewesen. Ich frage mich, ob was passiert wäre, wenn wir jetzt da oben den Schalter nicht betätigt hätten. Aber ich glaube, den hätten wir betätigen müssen. Oder? So, wir gehen weiter. Okay, da komme ich raus. Und da ist der Schatz. Mein Schatz. Okay, CPO sieht noch ganz gut aus. Finde ich sehr gut. Okay, das überflutete Gewölbe gemeistert. Belohnungsorte ansehen. Ja. Nein. Jetzt möchte ich hier erstmal raus aus diesem gottverdammten Grab. Das ist die epische Musik, ne? Finde ich gut. So, wir haben wieder Ausrüstung. Ich will diese... Warte mal, was sind denn diese... Aufgeladene Feuerpfeile setzen beim Einschlag ein großflächiges Feuer frei. Oder Abzug aus einem Schlüsselring, der eine noch höhere Schussfrequenz ermöglicht. Oder eine geflochtene Sine, der den Schaden erhöht. Das nehmen wir. So, können wir noch was ausrüsten? Nein, 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 nein. Wir nehmen den nochmal. Schlüsselfrequenz und so. Haben wir genehmtet. Attacke. So, wir müssen immer noch zu der Endurance. Kommen wir hier oben lang? Achso, nee. Ach, das war ja das, was Lara... Ich nicht. Lara hat es kaputt gemacht. Die Aufnahme sieht sehr dunkel aus. Aber das Problem ist, mein zweiter Monitore ist halt nicht der neueste. Sieht auch sehr krisselig darauf aus. Wie gesagt, sie ist nicht der neueste. Ich glaube, er ist auch über VGA angeschlossen. Aber zumindest kommt jetzt noch keine Warnung. Die Böse überlastet. Was denn? Was denn? Ja. Das habe ich doch schon. So, jetzt fängt wieder die nervenaufreibende Musik an. Okay, hier sind wir ins Grab gekommen. Also müssen wir hier wieder raus. Wo kommen wir jetzt hin? Wie sind wir lang? Ah. So. Ich erinnere mich. Also ich bin nicht wundern, ich bin immer noch am Vorproduzieren, weil... Kann ich ja runterspringen? Ja. Weil ich bin nächste Woche Freitag nicht da. Sind wir jetzt hier durch? Da kannst du hier unten durchkriechen. Ja. Wir kriechen hier einfach mal lang. Ach, guck. Hä? Warte mal, sind wir hier langgegangen, um zu dem dämlichen Grab zu... Ja, wir sind hier langgelaufen. Natürlich. Okay. Äh, Lara. Ja, weil wie gesagt, nächste Woche Freitag bin ich halt nicht da und ich kann dann halt nicht aufnehmen. Und der Mittwoch sieht auch ganz blöde aus und, ähm... Ich bin einfach rübergesprungen. Joa, warum nicht? Ähm... So, da bin ich gekommen. Hier war ich auch schon drin, ne? Und deswegen muss ich jetzt halt die nächsten drei Tage, ähm, beziehungsweise auch die Abende in den nächsten Tagen extrem vorproduzieren. Damit für euch keine Folge ausfällt. Reichen Sie das, Frack? In der... In Buranze. So, hier war das Ding. Ist das Grab. Genau, genau. So. Da müssen wir hin. Die sieht ja sehr neu aus, die, ähm... Brücke. Na, klasse. Das sieht doch sehr einladend aus. Hier würde ich ja immerhin... Immer wieder gerne rumklettern. Okay, ich dachte, da muss ich... Ja, wir erreichen doch das, Frack der Induranze. Warum zeigt der mir das jetzt ständig an? Ich weiß es doch. Wir wissen's jetzt. So, wo ist, äh, da hinten? Verdammt, das kann ich noch nicht. Das wollte ich auch nicht. Aber ich muss ja irgendwo hinschwingeln. Schwingeldingeln. Hä? Ich seh nichts. Ach, wartet, da war ja was. Wir können ja jetzt... Und so. Schattümmt ja. So, und jetzt E drücken. Ja, sehr gut. Durchseil durchklettern, natürlich. So, da komm ich noch nicht rein, ne? Da brauch ich noch was Stärkeres. Obwohl ich jetzt... Obwohl ich jetzt ein stärkeres... Stärker im Bogen habe, genau. Ja. Ist doch gut. So. Da haben wir ein Büchlein. Dann lassen wir uns mal eine gute Nachgeschichte vorlesen. Die Heiligen wird alt. Bald wird sie ihre Nachfolgerin bestimmen. Ich fürchte, dass ich es sein werde. Ich bin jetzt ihr Liebling. Sie verhätschelt mich, nennt mich ihre erste Tochter. Sie hält mich stets bei sich wie eine Puppe. Kämmt mein Haar, zieht mir ihre Lieblingskleider an. Das beunruhigt mich kolossal. Aber noch schlimmer ist ihr Blick, der fortwährend auf mir ruht, als ob sie ihr eigenes Spiegelbild betrachtet. Hoshi. Ihr Abbild. Priesterin Hoshi beschreibt in diesem Tagebuch ihre Angst. Sie befürchtet, als neue Sonnenkönigin auserwählt zu werden. Aha. Ah ja. Ah jetzt, ja. Wo kommen wir denn da hin? Direkt in den Himmel. Okay, alles klar. Das riecht doch schon wieder hier förmlich nach einer... Ähm... Ich will jetzt nicht sagen nach einem Hinterhalt, aber nach einem Hinterhalt. Hallo? Hm... Nee. Danke. Okay, so. Da müssen wir hin. Sonst ist hier nichts mehr. Da hinten kommen wir noch mit den Stärke- und Seilpfeilen hin. Bunker an der Klippe. Aktuelle Position. Alles klar. Wo bist denn du? Du im Bunker an der komischen Klippe da. Wer macht denn sowas hier? Wer baut denn hier so eine Gänge? Und dichtet die vor allem nicht richtig ab, das so. Gut. Darf ich nichts tun, ne? Oh. Früchte. Die Endurance. Wo denn? Ach da. Ist die Endurance, ne? Ja, ich sag mit Absicht Endurance. Könnte auch richtig sagen Endurance. So, Bunkerausblick. Ach, wie schön. Wir haben uns eine Hütte gemietet am Bunkerausblick. Mit Bunkerausblick. Können wir jeden Tag, wenn wir aufstehen, bei uns... Ich laber wieder mal eine Scheiße. Das Bonk-Bonk-Tier, das gefällt mir gar nicht. Äh, das Maschen-Draht-Zaun. Maschen-Draht-Zaun in the morning. Nein. Das ist echt wieder ein Ohrwurm. Scheiße. Doof. Doof, doof, doof. So. Ähm. Und nun? Das kriegt auch nur Lara Croft hin hier, das Rumgehangel, ne? Ich hätte schon längst aufgegeben. Das ist doch nicht die Endurance hier, oder? Die ist doch da hinten. Die ist doch da. Oder? So lange sind wir nun auch nicht, dass das so abgeranzt aussehen könnte. So lange sind wir jetzt... Oh, hier auf der Insel. So, da komme ich wieder nicht rein, weil... Ach, doof. Hä? Aber ich... Ich muss... Ah! Ja, natürlich. Natürlich. Was brauche ich denn? Zeig mir doch mal an, was ich hier brauche. Nein, zeigt er mir nicht, doof. Na, dann nicht. Dann leck flott. So. Wer macht so eine Scheiße hier? Oh, ah, ah. Oh, ah. Ich kann nicht zählen. Können ja nicht. Aber wir haben letzte Woche schon alle Tragbaren rauf geschafft. Rauchen wir euch bei Stadionsflutlichen. Sei lieber ruhig, Bruder. So redet man nicht. Ruhig halten. Wir ziehen ihn rauf. Na, klasse. Dann sind wir ja mal wieder mitten in der Falle geruschelt, ne? Bei dem Tag aufsteigen. Gäbe es ein Problem, dann wissen wir Bescheid. Okay. Und was ist mit dem Funk? Die Gase nach Hörhausen. Etwas geht dazu. Bruder, du sollst ruhig sein. In den Mund. Wo sind die denn alle? Den da oben haben wir erfolgreich abgemurkst. Und vielleicht ist denn der da rum. Moment, Herr Klemm. Ah, doof. Das sind ja so viele. Wo kommen die denn auf einmal her? Sag mal. Alter, ihr vermehrt euch echt wie Karnickel. Was, er hat sie? Ah, 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 Feuer. Ich weiß aber sicher, ich habe die Schnauze voll von euch. Nö. Sollt doch mal auf, um mal wegzulaufen. Wir sind kostbar. Natürlich ist jetzt mal wieder das Maschinengewehr alle. Warum auch nicht? Hallo? Wo sind denn alle? Ach, toll. Jetzt kommt wieder einer mit seinem... Nee, das geht nicht. Das alle... Na, kommt mal ran. Kommt mal ran bei der Mutti. Warum geht das nicht? Ah, 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 aua. Aua, ah, ah, aua. Huppela. Huppela. Ach, doof. Ach, 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 ach. Hau doch mal ab hier. Ich verschwende keine Munition. Haut ab. Oh, 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 oh. Ja, ah, au, 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 hallo. Mich hier weg. Ja, mach doch. Komm, 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 komm. Put, 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 put. Put, 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 put. Wo ist er denn? Ah, ah, ah. Ah, hä? Warum habe ich den denn jetzt angezündet? Oh, das ist hier falsch. Warum sind die vom Renten der jetzt? Was habe ich denn da für eine Munition drin in meiner... Schrot, die Schrot, Schrot. Ach nee, go Shot, Schrot, Schrot finden. Schrot, Shotgun. In meiner Pampi-Gunny. Wie brauche ich nicht? Ich habe doch gerade welche verballert. Pampi-Pamp-Gun. Kann ich hier rein? Hallo, aufmachen bitte. Ich hänge an dir. So, da muss ich bestimmt hoch, ne? Dann erkundige ich mich hier nochmal ein bisschen. Guten Tag, ich möchte mich nochmal erkundigen. Wie sieht es denn hier so aus? Was haben die denn hier fabriziert, die Priester? Oder ich muss doch hier lang. Gehe ich denn jetzt zuerst hin? Wie sieht es hier aus? Ich habe schon lange nicht mehr auf dem anderen Bildschirm. Wir locken erstmal hier. Guten Tag. Oh, der sieht aber aus, als ob er schlafen würde, ne? Wenn ihm irgendwie nicht ein Bein fehlen würde. So. Hier oben waren wir schon da, ne? Da so. Okay, pass auf. Da kann ich durchstürzen. Ich sehe es schon. Wäre nicht doof. Hä? Könnte ich das nicht irgendwie auslösen? Nö. Was ist das da? Ach, das ist das, wo ich wieder diese stärkere Schüssel gebrabbel... Was war das denn? Schüssel gebrabbelsel gedöns. Hier ist eine Tür, ich komme nicht durch. Doof. Okay. Hä? Was soll ich denn hier oben? Hilft mir mal einer, bitte? So. Knüster, knüster. Okay, doch nicht. Aber hier oben komme ich doch nicht weiter, oder? Ich kann mich auch einfach hier so durchbaggen. Aber nö. Okay, also muss ich tatsächlich da lang, oder was? Ja. Gewalt hier lang. Ich weiß ja jetzt schon, was passiert, ne? Ich will nicht spoilern. Hm. Hm. Aber da was schon mal so. Feldbericht der Expedition. Unsere Küstenbasis wurde von unbekannten Kräften angegriffen. Wir vermuten, dass die Amerikaner hier sind und versuchen unsere Operation zu sabotieren. Die Kommunikation auf der gesamten Insel ist gestört und wir haben schwere Verluste. Viele unserer Soldaten sind einfach verschwunden. Die verbliebenen Männer sind unterwegs zum Kloster, um die Kontrolle über die Wetterphänomene zu erlangen. Wir rechnen mit heftigem Widerstand unterwegs. Erbitte schnellstmögliche Verstärkung. So, ey, ich muss mich mal ganz kurz anders... Wartet, ganz kurz anders hinsetzen. Ähm, Forscher, die Suche nach dem Stern. Sie gingen ins Landesinnere, zum Kloster. Aber ich glaube nicht, dass ihre Suche erfolgreich war. Okay, hier sieht noch alles gut aus. Das funktioniert doch einmal frei. So. Attacke. Nachlarm. Wir haben jetzt wieder 91 Schuss. Muss mal nachlarmen. Was, wie, wo, was? Aua, 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 aua. Ihr seid ja doof. Da haben wir mal eben so eine Säule weggesprengt, ne? Wo explodiert die denn? Die trifft die doch gar nicht. Alter, was für eine geile Muni haben wir denn jetzt hier bitte? Ja. Ich sollte ein bisschen sparsamer mit der Muni hier umgehen. Das ist ja ekelerregend. So, guck mal. A, 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 i, a, 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 a. Piss dich. Okay, zu Ende. Da ist noch Muni. Wieso liegen die eigentlich immer alle so da, wenn ich die umbringe? So halt. Seit wann ist denn da ein Seil gespannt? Bin ich das gespannt? Wo komme ich da vielleicht eventuell? Wo? Hä, war ich hier schon? Doch, na klar. Oder komm, ist da das Treppenhaus? Wir gehen hier einfach mal weiter. Wir gucken. Wir können ja immer noch umdrehen dann. Ob ich dann noch daran denke, wenn wir weiterlaufen. Das ist eine andere Frage. Wir haben jetzt 67. Okay. Die fahren jetzt hier mit ganz hartem Geschutz auf. Deswegen, hier bringt auch kein... Was? Das halte ich für ein Gerücht. Was? Hier komme ich gar nicht lang? Was ist das für ein Scheiß? Nö, ach. Ja, ich schieße verdammt gut. Ich habe von Roth gelernt. Ah, i- Aua. Treff ich den denn nicht? Alter. Alter, ihr seid so scheiße. Hey, hau ab. Wo schießt denn dieser andere Feuervogel da? Naja, das bringt mir hier herzlich wenig, Schatz. Brennt der? Was ist er denn? Verbrenn doch jetzt mal. Wie viele Brandpfeile hält man denn aus, bis man gänzlich verbrannt ist? Voll unrealistisch. So, ich wäre jetzt gerade fast gestorben. Aber nur fast. Wir haben wieder nur noch 16 Schuss für unsere... Jetzt haben wir wieder 33. Ach, ist das schön. Okay. Was, 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 was? Hä? Nö. Komm doch. Hä? Wo denn? Doch. Ich weiß ja noch nicht mal, wo du bist. Doof. Warte. Na geil. Ich sollte wirklich mir angewöhnen, mit der Pumpgun erst dann zu schießen, wenn... Ich vor einem stehe, ne? Dafür ist die Pumpgun, glaube ich, gemacht worden. Ja. Was, 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 was? Au, ah, ah, ah. Oh, ihr seid so scheiße, ernsthaft. Au, ah. Nein, 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 nein. Au, 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 böse, böse, böse. Habe ich's? Sind sie weg? Oh, Mama, die waren so böse. Oh, jetzt habe ich was runtergeflogen. Hallo. Danke. Nichts verpassen hier. Ach, du heilige Maria. Komme ich denn da drüben hin? Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Wait a minute. Nein. Lacher. Lass mich raten, wir sind jetzt wieder ganz unten, ne? Na toll. Gut, dann können wir hier aber auch einen Cut machen. Es ist zwar kein, kein Basislager jetzt hier, aber ich mache jetzt hier erstmal einen Cut. Und wir sehen uns dann, ich muss kurz gucken, morgen schon wieder zu einer weiteren Folge von Tomb Raider. Macht's gut. Tschüss.